Hallo, Ulf Arntas hier von der IWA 2023. Neben mir steht der Peter Sokolowski. Der ist Konstrukteur bei Merkel und hinter uns ist die Merkel K5. Und vielleicht können Sie ja unseren Zuschauern erstmal ein bisschen was grundsätzlich über die Merkel K5 sagen. Die Merkel K5 ist das Nachfolgemodell von unserer bewährten Kipplaufbüchse K3 und K4. Sie zeichnet sich halt aus durch eine schlanke Linienführung. Sie ist von der Dimensionierung gegenüber der K3 schlanke gemacht worden. Von der Bauhöhe verringert worden. Der Aufbau für die Montage, für die Sula-Abgebung und Montage ist auch zur Laufseelenachse niedriger gestaltet worden. Nach dem hinteren Sattel hier am Lauf ist nochmal ein Absatz, um auch die Höhe des Verschlusskastens niedriger zu halten. Das Spannsystem der K5 ist gegenüber der K3 umkonstruiert. Und zwar so, dass ich von der Sache her einen sehr leichtes oder geringen Kraftaufwand aufwenden muss, um die K5 zu spannen. Ein Entspann erfolgt einfach durch Rückziehen des Spannschiebers. Was drin ist, bei der K5 ist der bewährte Blockverschluss, der das Gewehr sicher verriegelt. Gegenüber der K3 ist hier die Verriegelung an zwei Verriegelungsflächen am Monoblock des Laufes. Bei dem Gewehr ist der Verschlussblock auch herausnehmbar. Können wir das zeigen? Das können wir gerne nochmal zeigen. Abnehmen des Vorderschaftes. Den Lauf herausnehmen. Und über Drücken dieses Knopfes kann ich den Verschlussblock herausnehmen. Einsetzen erfolgt in umgedrehter Reihenfolge. Einfach einsetzen, nach hinten drücken und der Block ist wieder sicher im System vorhanden. Okay, Kaliberwechselmöglichkeit? Ich kann in dieses System Wechselläufe einlegen. Wir haben auch Läufe in verschiedenen Konfigurationen. Hier haben wir eine K5 Extrem, die sich auszeichnet durch einen schwarzen Verschlusskasten. Einen 510 mm langen kanalierten Lauf. Wir haben noch normale Rundläufe in der normalen Länge 560 mm. Und für Magnum-Kaliber wie 300 Winchester Magnum und 7 mm Remmack gibt es die Läufe auch in 600 mm Länge. Wir haben eine sehr breite Kaliberpalette über 308, 306, 8x57 IRS. Wie gesagt, bis hoch zu Magnum-Kaliber, sodass das eigentlich das Gewehr für einen breiten Anwendungsbereich gerüstet ist, um für die einzelnen speziellen Jagden für jeden Jäger das richtige Kaliber dort auch zur Verfügung zu stellen. Es ist auch sehr leicht, dass die Waffe mit ca. 2,3 Kilo ist wirklich eine sehr leichte und führige Kipplauflüchse. Das heißt, wir sind hier quasi so aufgestellt, wir können das Gewehr, leichte Waffe für die Bergjagd, Pirsch, aber auch für den universell Ansatz. Okay, vielen Dank. Bitteschön, ganz schön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.